Ah, was ist das denn? Das sind ja Perlen. Sind das etwa Blutperlen? Da oben soll sie hin? Ja, genau. Ich liebe Halloween. Du auch, Peter? Ich? Auf jeden Fall. Mama, ich habe eine Spinne gefunden. Können wir die irgendwo aufhängen? Ja, klar. Dort drüben am Klettergerüst. Da habe ich schon Spinnenweben hingehängt. Da passt die Spinne gut hin. Ja, Spinne. Hier kommst du hin. Ist recht so, Viktoria? Noch ein Stück nach links. Oh, ich hänge fest. Hilfe. Oh nein. Komm ich mal raus. Warte, Greta. Ich helfe dir. So, gleich haben wir es. Geschafft. Danke, Mama. Spinnenweben sind dann schon eklig. Ja, stimmt. Passen aber super zu Halloween. Ich bin fertig. Ist es den Damen so recht? Ja. Ja, sieht gut aus, Papa. Dann können wir ja jetzt das Licht anmachen. Ja! Das sieht aber schön aus. Dann lasst uns mal reingehen und die Kostüme anziehen. Ja, Kostüme anziehen. Ich freue mich. Dieses Jahr bin ich doch gewinnt. Alle würden Angst vor mir haben. Anna, ich bin schon fertig. Und du? Hey, Greta. Du siehst aber gruselig aus. Ich bin auch gleich fertig. So, jetzt muss ich mich nur noch schnell schminken. Und? Wie sehe ich aus? Ein bisschen gruselig. Dann kann es ja jetzt losgehen. Oh, da kommen ja zwei Gruselgestalten. Zum Fürchten. Hier in der Zeitung steht, dass hier in der Nähe jemand sein Haus zum Gruselhaus umdekoriert hat. Die Kinder, die sich trauen und in das Haus reingehen, erwartet eine Überraschung. Cool, eine Überraschung. Da will ich hin. Ich weiß nicht recht. Hier habe ich zwei Körbchen für euch, für die Süßigkeiten. Danke, Mama. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke, werden wir haben. Wo wollen wir zuerst hin, Greta? Zu Tante Jula. Die wird uns sicher kennen. Okay. So, Kinder weg. Dann kann ich mich jetzt auch in mein Kostüm schmeißen. Was hast du denn vor? Das wird nicht verraten. Aha, du wirst doch keine Kinder erschrecken. Ich? Jetzt noch schnell die Perücke. Mensch, Viktoria, du siehst ja zum Gruseln aus. Danke. Dein Kostüm ist aber auch nicht schlecht. Bist du schon fertig? Nein, noch lange nicht. Wenn ich fertig bin, werde ich furchterregend aussehen. Na, was sagst du? Oha, das ist wirklich zum Fürchten. Süßes oder saures? Natürlich bekommt ihr was Süßes. Ihr seht ja gruselig aus. Danke schön. Tante Jula hat es nicht erkannt, Greta. Nee, hat sie nicht. Guck mal, Greta. Ich glaube, da hinten ist das Gruselhaus, von dem Papa gesprochen hat. Ja, das sieht sehr gruselig aus. Kommt rein in mein Haus, ihr süßen kleinen Kinder. Ich glaube, ich trau mich da nicht rein. Aber dann bekommen wir die Überraschung nicht. Komm, lass uns da reingehen. Oh, die nächsten Besucher sind ja schon da. Ich freu mich. Greta, bist du wirklich sicher? Na klar, Anna. Ich bin noch kein Baby mehr. Das war ja cool. Ja, voll gut. Siehst du, Anna, die sagen, es war voll gut. Los, lass uns auch reingehen. Na gut, wenn es denn sein muss. Ich wünsche euch viel Spaß in meinem Haus. Ihhh, hier sind ja ganz viele Spinnenbeben. Die Tür ist ja von alleine zugegangen. Igitt, eine Spinne. Los, wir gehen weiter. Da sitzt hier ein Skelett. Hat es sich gerade bewegt? Nein, das ist doch ein Skelett. Die können sich nicht bewegen. Hm. Komm, lass uns weiter. Ah, was ist das denn? Das sind ja Perlen. Sind das etwa Blutperlen? Ah, ich wurde gekroffen. Hihi, als erstes habe ich mich erschrocken. Aber jetzt finde ich es witzig. Hehehe, fang mich doch. Hehehe. Wollen wir gleich nach oben? Lass uns hier in den Raum noch reinschauen. Na gut. So ein altes Badezimmer habe ich ja noch nie gesehen. Da ist ja eine Schlange. Komm, Anna, ich will das Gespenst finden. Hast du Angst? Ich doch nicht. Ha! Ah, Hilfe! Steig weg hier! Halt, Kinder. Bleibt hier. Ich bin's doch. Papa? Nicht im Ernst, Papa, oder? Du hast uns so doll erschreckt. Das tut mir leid. Aber so ein bisschen erschrecken gehört doch zu Halloween dazu, oder? Hier ist eure Überraschung, Kinder. Oh toll. Das sind ja riesen Süßigkeiten. Juhu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Diesmal grüßen wir Lidys Welt. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, schreib einfach Hashtag Team Jansen in die Kommentare. Und vergiss uns nicht kostenlos zu abonnieren. Du musst nur auf den runden Kreis drücken. Und wenn du noch weitere Videos sehen möchtest, links und rechts kannst du dir jeweils eins aussuchen. Also bis nächste Woche, 14 Uhr. Euer Herr Jansen. Tschüss.